Ich finde, heute haben wir uns eine weniger anstrengende Etappe verdient. Und die haben wir auch, Gott sei Dank. So ein bisschen klar rausrollen. Ich würde mal sagen, heute ist nicht die Steigung, sondern die Sonne das Problem. Ja. Keine Wolken, kein Regen, aber wunderbar auf dem Auerhimmel. Das, was sich die Leute in Freibäldern immer so wünschen.